Fegebank ist hier. Frau Fegebank, zwischen 11 und 12 Prozent, das kann Sie eigentlich als Spitzenkandidat in einer klassischen Großstadtpartei ja nicht wirklich glücklich machen, oder? Wenn Sie die Ergebnisse der letzten Wahlen angucken, dann sehen Sie, dass wir mal zwischen 9, 11, auch mal 12 Prozent lagen. Und unser Wahlziel war es, über dem Ergebnis der letzten Wahl zu liegen. Das war bei 11,2 Prozent. Und die absolute SPD-Mehrheit zu knacken. Beide Wahlziele sind noch möglich. Wir warten jetzt auf die Hochrechnung und gucken, ob das dann funktioniert. Ich hatte gerade Katja Suding hier im Gespräch. Die liebäugelt ja auch mit einer Koalition mit Olaf Scholz. Glauben Sie, er hält Wort? Ich gehe davon aus, dass er Wort hält. Ein großes Fund, mit dem der Bürgermeister ins Rennen gegangen ist, ist seine hohe Glaubwürdigkeit. Die hohe Zufriedenheit rührt sicherlich von seiner Glaubwürdigkeit. Er sagt, er hält sein Wort. Wir warten mal ab. Dazu muss es aber erst mal kommen. Der Abend wird sicher lang. Es ist auch bekannt, dass er jetzt nicht wirklich ein großer Freund der Grünen ist. Er wird Ihnen aufdrücken, dass auf jeden Fall die Fahrer in Anpassung kommt. Wie erklären Sie das Ihren Wählern? Wir müssen jetzt heute noch nicht darüber spekulieren, welche Knackpunkte bei möglichen Koalitionsverhandlungen auf den Tisch gebracht werden. Warum nicht? Weil es einfach noch zu früh ist. Wir haben noch keine Hochrechnung. Wir haben erste Prognosen. Wir wissen noch nicht, ob es wirklich zu einem Sechs-Parteien-Parlament kommen wird. Bei der AfD ist es knapp. Ich würde das sehr bedauern, wenn die AfD es schaffen würde, den Sprung in die Bürgerschaft zu schaffen. Dann wären Sie raus. Die AfD braucht niemand. Und von daher warten wir jetzt erst mal ab, wie der Abend weiterläuft. Trotzdem, noch mal nachgefragt. Wie stehen Sie zur Fahrer in Anpassung, wenn es zu einer Koalition käme? Das werde ich hier und heute nicht beantworten. Wir haben politisch eine klare Haltung. Aber die Frage der Eppvertiefung, die liegt im Moment vor Gericht. Das heißt, da ist politisch gar nichts zu entscheiden. Das ist im Moment eine juristische Entscheidung. Und das ist sicher ein Thema, das auf die Tagesordnung käme. Aber wir wissen noch nicht, ob es zu Verhandlungen kommt, weil der Abend noch zu jung ist und es eine ganz knappe Kiste wird. Herzlichen Dank, Katharina Fegebank.